Mein Name ist Fabio Antenore, ich bin Schweizer Landschaftsfotograf und Erfinder der Hyperalen Landschaftsfotografie. Ich bin nebenbei Sigma Referenzfotograf und bin heute hier mit Sigma On Location in den wunderschönen Dolomiten. Ich möchte mit euch zusammen später ein paar Timelandings machen, vielleicht etwas Langzeitbelichtungen schießen und euch einfach so ein bisschen meine Welt der Fotografie mitnehmen. Dolomiten ist eines der geilsten Plätze, in denen ich je war. Ich finde hier einfach so die ganzen schroffen Felsen und sowas, sowas gibt praktisch nirgends auf der Welt. Es ist einfach eine unglaubliche Umgebung und wir sind hier heute, weil ich den Spot extrem mag. Ich war schon zehnmal sicher hier und jedes Mal gab es einfach unglaubliche Bilder. Wir können hier auch, wenn alles gut läuft, die Milchstraße schießen, die eigentlich genau hinter den drei Zinnen sein wird. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen Wasser, wenn alles gut läuft, auch das können wir nicht planen. Nahaufnahmen mit den drei Zinnen über Spiegelungen, über Wasser, die das rausläuft, vielleicht finden wir noch ein paar Bergblumen oder was. Das ist einfach, wie gesagt, das ist Disneyland für Fotografen hier. Man sieht hier die ganzen coolen Felsen, die Berge, die Spitzen und denkt einfach nur noch wow. Und schießt man so wild drauf los und merkt dann zu Hause eigentlich, dass die Bilder gar nicht ganz so cool sind, wie es da ausgesehen hat. Liegt meines Erachtens daran, dass wir halt mehr Emotionen mit den Bildern verbinden. Wenn du was geschossen hast, dann warst du da, du hast die ganze Szenerie vor Augen gehabt und das Bild gibt es dann nicht mehr ganz so wieder. Was für uns jetzt bedeutet, wir werden da ein bisschen runter gehen. Da unten sind zwei so Schmelzwasser-Szenen, wobei eigentlich sind es eher Tümpel jetzt in der Jahreszeit und versuchen uns da eine schöne Komposition zu finden. Bei der hyperalanen Landschaftsfotografie geht es im Prinzip einfach darum, möglichst perfektes Bild zu schießen und egal was ich dazu machen muss. Also ich kombiniere verschiedene Belichtungen, also nicht von verschiedenen Orten, sondern immer von einer Stelle aus. Und es geht darum, eigentlich das Gefühl einzufangen, das ich beim Schießen hatte. Also nicht irgendwie einfach nur im Bild zu schießen, sondern Gefühle zu transportieren. Also eigentlich die Möglichkeiten der Technik komplett auszureizen, um ein möglichst gefühlvolles, perfektes Bild zu kreieren. Je weiter wir im Telebereich sind, desto größer wird alles, was weiter weg ist. Wenn ich jetzt hier mit 14mm arbeiten würde, dann hätte ich den ganzen Hintergrund so weit hinten, dass die Berge so klein im Bild wären, dass sie gar nicht mehr wirklich auffallen. Dann habe ich jetzt hier das 35mm genommen und mir das Bild so ein bisschen zusammengestaucht, damit die Berge einfach größer und mächtiger wirken. Wir werden jetzt hier mit 24mm versuchen, den Weg dauernd ein bisschen als eine Art Linie zu nehmen und nehmen dann die Hintern einen Halbzinneln, um die Milchstraße dahinter zu fotografieren. Wir werden jetzt erstmal ganz kurz den Vordergrund schießen während der blauen Stunde noch. 9er Blende, Komposition so aufgebaut, dass alles weit weg ist. Hoffentlich Leading Line in Richtung Milchstraße. Dann warten wir jetzt eigentlich nur noch, bis die Milchstraße kommt, weil Vordergrund haben wir jetzt geschossen. Scharf stellen im Dunkeln ist nicht immer ganz einfach. Das Ding ist, wir haben eigentlich keinen Anhaltspunkt oder nichts, das wir nehmen können, um scharf zu stellen. Das heißt, der Autofokus funktioniert überhaupt nicht. Was wir jetzt eigentlich machen müssen, wir schalten die Linse auf manuellen Fokus. Ich habe hier eigentlich einfach auf volle Vergrößerung gedrückt, habe dann reingezoomt. Mein Ziel ist jetzt eigentlich, zwei-, dreimal immer da hin und her zu drehen, bis der Stern so klein wie möglich ist. Wenn er so klein wie möglich ist, dann ist er scharf. Blende habe ich ganz offen, ISO schaue ich zwischen 5.000 und 10.000, was am besten geht. Und das gleiche mache ich auch mit der Zeit. Laut Rechnung wäre ich irgendwo bei 8 Sekunden im Optimum. Dann schießen wir mal ganz kurz ein Bild und schauen uns an, was genau passiert. Das Bild ist genau so wie es sein soll, alles perfekt. Wir haben es im Kasten, was für uns bedeutet, wir können uns mal schön schlafen legen. Schönen Abend zusammen noch.